Die... Huh? Wer hat mit der Texte noch Flow? Wer ist deinem Label Devote? Wer hat diese Punkte vergeben? Scheinbar die komplette Szene, verstehst du? Okay, let's go, let's go. Also Marc, du siehst eigentlich auch ziemlich hübsch aus. Ohne Witz? Also in dem weißen Hoodie? Jetzt komm doch mal her. Also ich glaub das ist gerade qualifiziert. Hey Schnecke! Oh handsome, handsome. Das war Weinglas Wasser trinken. Auf geht's, komm. Zum Glück hab ich jetzt die Kamera. Komm mal her. Oh ne. Ne, ho. So, also das Gesicht, ne, wie vorhin. Das ist scharfes. Ja, ist scharf, ist so hot. Darfst nicht so viel bewegen. Ich geh da mal rein. Erstmal aus der Szene gehen. Ah. So wie Ex-Rapper. Oh, bist du bereit? Ich geh ja aus der Szene so wie Sido24. Ah. Geil, kannst du eigentlich mal die Füße hoch und irgendwann drehen. Okay. Machen sie jetzt zusammen bei V-U-Z-Zene. Ah, ich glaub du bist so ein Typ, der kannst du die Füße hochlegen dabei, oder? Ja, Mann. Ja? Mach dich mal breiter. Ich komm schwul, wenn wir jetzt bei jemanden. Oh stimmt. Jeder nur einen. Ah, das ist kaum zu schwul. Ja. Du sitzt da so wie der Bross. Kollege an der B-U-Z-Zene. Ja, sorry. Habt ihr mal die Bibel gelesen? Das ist so ne. Ich bin der große Bibel-Fett persönlich. Wenn ich die Füße hochlegt, ist es schwul. Steht da so. Warum sagt mir sowas niemand? Soll ich mal ne Version beim Beten haben von dir? Willst du das? Ich hab mal noch nie ein bisschen von mir selbst. Ah, das ist natürlich geil. Die Unschärfe fickt meinen Arsch, Alter. Nein, das macht sie natürlich nicht, aber... Nein, das macht sie doch nicht. Aber schlecht denn. Wetter. Oh, du siehst so ernst aus. Niemand guckt so, welcher Rapper hat diesen Blick drauf. Lenny Fikert hat diesen Blick drauf. Junge, der hat höchstens die Augen, das ist alles. Nee. Aber Lenny Fikert guckt nicht die ganze Zeit so wie, alter, fick mein Leben. Ich hab so gar keinen Bock auf alles. Lebensentstellung. Bitch, ich bin Rapper. Ich mach da so ein paar Tricks. Hast du Bock, was zu starten? Ja, Mann. Ich hab gehört, du machst auch so ein paar Tricks. Ja, Mann. Aber ich hab übrigens ADHS. Verdammt. Das ist auch mittlerweile innerhalb von zwei Tagen zu einem Insider geworden. Ich hab einem meiner besten Freunde mindestens schon hundertmal gesagt, dass ich ADHS hab. Hast du ADHS? Ja, hab ich dir das noch nicht erzählt. Sorry, vielleicht hab ich's vergessen, wenn ich's dir erzählt hab. So, ich hab nicht ADHS. Ah, ja. Ja, kann passieren wegen meinem ADHS. Ja, Mann. Genau. Du willst mir Feedback geben? Ich denke bloß nicht. Was haben eigentlich alle gegen Track Eroading, Mann? Das ist ne Hupo. Warum? Nicht transfeindlich, teilweise rassistisch, verschandelt die Universität. Also genau wie du. Ja. Er hat richtig Spaß dabei. Kollege, droh mich nicht. Groß mit bist du nicht. Oh, Marc, Choreograf sitz nicht richtig. Sieht gut aus. Halt mal dein Maul, bitte. Das sieht cool aus, aber sei mal ruhig. Mimik, irgendwas? Leute, berat mich. Romunzu. Was soll denn eigentlich der Meta-Scheiß, Marc? Was soll denn eigentlich der Meta-Scheiß, Marc? Was soll denn eigentlich der Meta-Scheiß? Das ist kein Meta-Scheiß. Das ist kein Meta-Scheiß. Das ist kein Meta-Scheiß. Nein, ich mein Facebook. Facebook? Ja. Ach, Meta. Marc Zuckerberg. Halt mal dein Maul. Ich dachte gerade so. Ich hab dir gesagt, entweder ich halte die ganze Zeit meine Fresse und hab Angst vor euch oder es wird schlimm. Ich versuch langsam wirklich Option 1 einzuleuten, wenn es so weiter geht. Aber Jungs. Steh ich ja gut da? Ja. Steh ich gut da? In den Trainings. Geh mal da rüber. Kein Trainingswetter. Hier hoch kann ich gar nicht. Nö. Ach, nö du. Was denn? Nicht aufgenommen. Nein, Baby. Das rote Licht bedeutet, dass hier aus ist. Geile Sockenhütte. Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Nur den Pulli mag ich nicht so. Okay, Marc. Kranz. Ja, da ist die Magie, was hier im Schnitt. Bisschen. Das ist so eine normale Hotel-Mentalität. Habt ihr auch Hunger langsam so? Ja. 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 요. Ja. Das hierll ich auch schon delete. Wie. Ein Freund. Ja. sorry. àn Schauen wir mal so klein wie es geht. Oh, das kann man machen eigentlich. Ich kann nur noch einen Blitz vom Licht. Machen wir ein bisschen weniger. Von der Farbe her, das sieht ja richtig gut aus. Ja, ja, alles gut. Dann gehen wir runter, das sieht richtig gut aus gerade. Das sieht eigentlich so nice aus. Okay, jetzt so von oben runter. Boah, eigentlich könnten wir da schon... Ich hab grad überlegt so, ne, voll unnötig zu duschen. Aber dann ist mir aufgefallen. Guck mal, das ist ein fucking Hotel. Ich kann einfach... Ich hab schweifen hier, wie ich will. Ich kann duschen gehen, ohne mir Kopf zu machen, dass es jetzt Wasser kostet. Ich kann die ganze Nacht heiß duschen. Madman-Rap-Dack-The-Ripper. Ey, Enemies machen doch Rockefeller. Im Panamera mieten die Wagen und checken, weil Levinix, wenn der wie kein Bass hat wie Woody. Wer hat weder Texte noch Flow mit dem Boot? Wer hat diese Pumpe... Scheinbar die komplette Szene, verstehe ich... Es färbt aber auch wie Sau. Hörhafer, wie? Ich bin komplett voll gesaut. Ey, Ruben, du musst dir unbedingt mal den finalen Mix geben. Ich hab den jetzt fertig und der ist viel zu krass geworden. Wer hat weder Texte noch Flow? Wer? Wer? Ich zeig und lebe den Boot. Wer? Wer? Verkauf dich für Kinder als Go? Sag mir, wer? 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 Wer?